Willkommen beim Installationsprogramm von Baphomets Fluch. Wenn Sie die Installation abbrechen möchten, drücken Sie die Taste F3. Es wird nun ein Systemtest durchgeführt, der die optimale Performance Ihres Computers sicherstellt. Sollte der Rechner nicht mehr antworten, dann starten Sie ihn erneut und führen Sie die Installation nochmals durch. Der Rechner weiß, dass er eine andere Konfiguration wählen muss. Paris im Herbst, die letzten Monate des Jahres und das Ende des Jahrtausends. Die Stadt ist für mich mit vielen Erinnerungen verbunden. Erinnerungen an Cafés, an Musik, an Liebe und an Tod. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, Mamma Mia, was ist denn hier los? Einmal in Paris gewesen, schon explodiert hier Scheiße um Joren. Als ich endlich wieder auf den Füßen stehe, kann ich nur das ständige Dröhnen des Verkehrs hören. Das Leben um mich herum geht weiter, aber die Explosion sollte mein Leben für immer verändern. So, hallo, herzlich willkommen zu einem Let's Play von Buffer mit fucking Fluch, Teil 1. Und zwar nicht nur Teil 1, sondern das Original Teil 1. Ich habe es von der alten CD installiert, die ich vor sehr vielen Jahren gekauft habe. Ja, ich hoffe, das wird ein sehr cooles Let's Play und vielleicht sogar wird hier und da mal ein Livestream stattfinden, wenn das Spiel gut ankommt. Und wenn das Spiel nicht gut ankommt, dann deabonniere ich höchstpersönlich die Dead Donkeys. So, was haben wir denn hier? Das ist ein typisches Adventure, wie man es früher sehr gerne und oft gemacht hat. Mittlerweile sind die sehr rar. Naja, nicht so rar, aber so klassisch wie dieses Spiel ist kein anderes Adventure mehr heutzutage. Was ist denn das? Das ist ja der Schirm. Das hätte was, unter den Schirm zu krabbeln und so zu tun, als ob nichts passiert wäre, aber nicht sehr viel. Ja, das ist so diese typische amerikanische Einstellung, die unser Held George Stobbart nicht unbedingt hat. Er hält nicht sehr viel davon. Gut. Das Witzige in der Cutscene sah so aus, als würden wir in so einem Leichensack liegen, weil da außenrum noch diese Stiche, naja, diese Dinger zu sehen waren. Also richtig cool. Der Schirm hat mich vor der Wucht der Bombe beschützt, aber jetzt ist dir zu nichts mehr Nütze. Gut. Also ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann mit der linken Maustaste oder mit der rechten Maustaste das Zeug anklicken und je nachdem, mit welcher ich das tue, wird er das entweder anfassen oder nur beschreiben oder beobachten. Da ist ein Zeitungsausschnitt. Der Leitartikel erzählt etwas über den Besuch eines Nobelpreisgewinners aus einem dieser unaussprechlichen osteuropäischen Staaten. Das ist aber auch schon die einzige echte Nachricht. Der Rest besteht aus Gerüchten, Klatsch und Sensationsberichten. Dann fällt mir die Notiz unten auf der Seite ins Auge. Da steht Salah Eddin, 1345. Salah Eddin, 1345. Könnte eine Uhrzeit sein, könnte aber auch was komplett anderes sein. Klar könnte ich auf die Laterne klettern, aber das würde auch kein Licht in die Angelegenheit bringen. Ha, get that? Licht in die Angelegenheit? Witzigster Wort. Das ist ein Laternenpfahl, landestypisch aus Eisen. Ja, das ist auch sehr witzig, ne? Jedes Land hat so seine, also fast jedes Land hat seine typischen Laternenformen. Und ich hoffe, dass das auch noch bis zu meinem Todestag so bleiben wird. Ich liebe Laternen. Vor allem nachts. Die sind einfach richtig toll und romantisch. Mein erster Impuls ist, den Tisch wieder hinzustellen. Aber dann denke ich mir, dass es besser wäre, Beweismaterial nicht anzurühren. Ja, die Zeitung hast du trotzdem eingesteckt. Du blödes Arschloch. Guti. Ähm, ja, ich könnte jetzt mal wirklich mal reingehen und gucken, ob da alles immer noch auf dem Boden steht. Oder was überhaupt noch auf dem Boden steht. Ja, was für eine Explosion. Dieser scheiß Clown. Vertrauen niemals einem Clown. Also ich persönlich würde es niemals tun und empfehle es euch auch nicht. Das ist der alte Mann, der am Tresen saß, den es weggeschleudert hat als Ersten. Also der Clown hat ja seinen Aktenkoffer geklaut und durch sein... Wie nennt man dieses Instrument ersetzt? Auf jeden Fall, ja. Das war sein Ziel. Der Tote hier. Und Stoppard ist echt eklig. Der hat gerade den Toten begrapscht. Beim Anblick der toten Augen verwandeln sich meine Knie in Wackelpudding. Das glaube ich dir. Und das ist auch gut so. Das heißt, du bist noch ein Mensch, der mehr oder weniger okay ist. Hoffentlich. Was nehme ich zuerst? Buß oder Frau? Ich nehme Frau, solange sie noch schläft. Oh la la, französisches Mädchen. Erzähl mir deine Geschichte. Oh, mein Kopf. Nie wieder. Wie viel Wodka habe ich getrunken? Nein, sag es mir lieber nicht. Wie heißt du, Cherie? George Stoppard, Ma'am. Oh, Amerikaner? Es war eigentlich eine sehr unschuldige Frage, aber ich konnte ihre Vorbehalte fühlen. Das ist etwas, mit dem irgendwie alle Europäer zu kämpfen haben. Sie sehen aus, als könnten Sie ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich könnte einen Drink gebrauchen. Mir ist schlecht, schwindelig. Ich fühle mich mies. Und ich weiß noch nicht mal, was das für eine Party war. Entspannen Sie sich. Sie sind gerade umgekippt. Wie bitte? Was ist passiert? Es gab eine Explosion. Sie sollten sich lieber nicht bewegen. Sind Sie Arzt? Äh, ja, gute Frau. Zufällig bin ich Arzt. Ja, bin ich. Ich habe unter Dougie Hauser studiert. Wer ist denn das? Nur einer der brillantesten Mediziner auf diesem Planeten. Er hat mir alles beigebracht, was ich über Medizin weiß. Können Sie sich denn an gar nichts erinnern? No. Ich brauche einen Drink. Geben Sie mir ein Brandy. Ich bin Barkeeper, äh, Arzt und kein Barkeeper, aber ich gebe dir trotzdem ein Brandy, gute Frau. Pur oder mit Eis? Geben Sie mir einfach die Flasche. Naja, ein Tröpfchen Brandy wird schon nicht so schlimm sein. Ah, das ist besser. Sie schüttet den Brandy runter, als ob es Wasser wäre. Mann, bin ich froh, dass ich die Rechnung nicht bezahlen muss. Was ist mit dem alten Mann? Ist er tot? Äh, ja, gut geraten. Aber ich, äh, so wie er da liegt, würde ich vielen hoffen, dass er fucking tot ist, weil es sieht aus, als wäre einfach alles in seinem Körper schon gebrochen. Ja, er ist tot. Oh, mein Dieu. Ich habe noch nie eine echte Leiche gesehen, außer meine Grand-Maman. Aber das war was anderes. Sie war Familie. Ist er schon, äh, äh, steif? Ich denke nicht. Er ist erst ein paar Minuten tot. Hm, wir können Sie jetzt ausfragen. Wir haben natürlich, wir können Ihnen auch die Zeitung zeigen, die wir draußen aufgesammelt haben, oder wir fragen Sie erst mal was über den Clown. Wissen Sie noch, was geschah, als der Clown hereinkam? Ich erinnere mich noch an diese grässliche Melodie, die er spielte. Es war die reinste Begräbnismusik. Ich konnte Akkordeonmusik sowieso noch nie leiden. Ich finde, Akkordeonmusik ist creepy as fuck. Hat der Clown mit dem alten Mann gesprochen? Nein. Er lachte ihn nur aus. Dann grapschte er sich den Koffer des alten Mannes und rannte raus. Äh, noch mehr dazu? Hat der alte Mann versucht, den Clown zu stoppen? Oh, dazu hat er überhaupt keine Möglichkeit. Der Clown ließ sein Akkordeon fallen und rannte zur Tür hinaus. Das ist alles. Mehr weiß ich nicht mehr. Okay, sag mir was zum Koffer. Konntest du einen Blick reinwerfen, Frau? Haben Sie gesehen, was der alte Mann in seinem Koffer hatte? Nein, er hat ihn nicht aufgemacht. Bist du dir sicher? Was machte der alte Mann, als der Clown sich den Koffer grapschte? Nichts. Er saß einfach da, wie erstarrt. Vielleicht war das ja abgemacht, dass die so einen Koffertausch oder sowas machen, nur statt Koffer stellte der Clown ihm einen explosiven fucking Akkordeon hin. Kannten Sie den alten Mann? Nein, Monsieur. Den habe ich nie zuvor gesehen. Sind Sie sich da sicher, gute Frau? Wie benahm sich der alte Mann? Er war nervös. Er schaute sich ständig um. Zur Tür, auf die Uhr. Als ob er auf jemanden warten würde? Ja, würde ich sagen. Er hatte vor irgendetwas Angst. Das ist sicher. Wenn Sie mich fragen, hatte er eine Affäre. Na ja. Er hatte diesen schuldbewussten Blick wie ein Ehemann auf Abwägen. Es ist ja eh so, dass in Frankreich so gut wie jeder einfach jeder eine Affäre mit irgendjemandem hat oder nicht. Gehörte diese Zeitung dem alten Herren? Weiß ich nicht. Aber Madame, schauen Sie doch mal in die Zeitung erst rein. Was diese Zeitung anbelangt. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich nichts darüber weiß. Aber Madame, ich muss drauf bestehen. Was diese Zeitung anbelangt. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich nichts darüber weiß. Okay, okay, okay. Sie weiß nichts über diese Zeitung. Sagt sie. Bleiben Sie hier, Mademoiselle. Ich schaue mich draußen mal nach Beweisen um. Okay, äh, können wir uns erstmal hier drin nach irgendwelchen Beweisen nochmal umschauen? Gibt es noch etwas? Ich glaube nicht. Wir haben dem Brandy schon der Frau gegeben. Es steht auch noch. Ja, den können wir aber nicht nehmen. Gott damn it, okay. Dann raus. Belästigen wir nicht die, die, ähm, die, die zwei Leute hier in ihrer Zweisamkeit. Äh, da ist ein Bauarbeiter. Der arbeitet einfach ganz normal weiter, als ob das jeden Tag so ist, dass hier eine Bombe in fucking Paris explodiert. Mitten in der Innenstadt, nehme ich mal an. Ich war ja noch nie in Paris, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie Paris aussieht. Sieht aus wie die, die Innenstadt. Hüah. Stopp. Keine Bewegung. Hey, nicht schießen. Ich bin unschuldig. Ich bin Amerikaner. Können Sie sich nicht für eins entscheiden? Ich will den amerikanischen Konsul sprechen. Waffen fallen lassen und runter auf den Boden. Stecken Sie das Ding weg, Sergeant Mouet. Verzeihung, Monsieur, aber ich kann Ihnen nicht gestatten, sich zu entfernen. Bin ich verhaftet? Oh nein, ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Vorwärts. Zum Café. Marché. Aber ich komme doch gerade aus dem Café raus. Och Mensch, da wollte ich mit dem Bauarbeiter anquatschen. Weil der erscheint mir ein bisschen suspekt. Was für ein Anblick. Diese Bomben-Explosion ist schrecklich, nicht wahr? Hören Sie damit auf, Monsieur. Was dann? Hören Sie sofort damit auf, Ihren Atem anzuhalten. What? Ist Ihnen schon mal in den Sinn gekommen, dass der Mann tot sein könnte, Mouet? Oui, Monsieur. Aber ich betrachte die Dinge lieber von der Sonnenseite. Außerdem erinnere ich mich an einen Fall, in dem der Killer entkam, in dem er sich tot stellte. Okay, das ist ein erfahrener Polizei-Inspektor. Nein, in diesem Fall ist der Mann ziemlich sehr tot. Es ist sonnenklar, dass der Killer von seiner Anwesenheit wusste und... Wie oft habe ich Sie schon gewarnt, voreilige Thesen aufzustellen. Alles, was wir sicher wissen, ist, dass der Mann tot ist. Ich fand, es war logisch anzunehmen, dass... Ein großer Detektiv nimmt niemals etwas an. Migret zum Beispiel. Aber das war eine Romanfigur, Monsieur. Er war nicht echter als Derrick oder der Alte. Das ist was anderes, Mouet. Die brauchten ja auch Assistenten. Egal, nicht einmal Ihnen dürfte es gelingen, den Toten zum Reden zu bringen. Kümmern Sie sich um das Mädchen und nehmen Sie Ihre Aussage auf, falls Sie das hinkriegen. Ach, großartig. Die Dialoge in Bab-Bab-Pommels Fluch sind einfach toll. Ich bezweifle, dass sie für ein Veröhr in Form ist, Monsieur. Er hat so viel Brandy gekippt. Meine Nase sagt mir, dass sie getrunken hat. Es ist, wie ich befürchtete. Wir sind in eine Lasterhöhle geraten, Mouet. Überlassen Sie sie mir. Ich weiß, wie man mit betrunkenen Frauen umgeht. Ach ja? Aber Moment, was ist mit mir? Wollt ihr mich auch mitnehmen? Ich hoffe nicht. Ihr Name bitte? George Stobart. Ich komme aus Kalifornien. Und was führt Sie nach Paris, Monsieur Stobart? Reisen. Ich reise durch Europa. Gut gewählt. Die Stadt ist zu dieser Jahreszeit am schönsten, ne? Ähm, ja, könnte sein. Von den Bomben einmal abgesehen. Befanden Sie sich in der Nähe des Cafés, als die Bombe hochging? Ja, ich saß draußen auf dem Bürgersteig. Ich hatte Glück, dass es mich nicht auch erwischt hat. Der Inspektor ignoriert meine Bemerkung komplett. Sahen Sie, wie der Verstorbene das Café betrat? Äh, haben wir gesehen, wie... Ja, wir... Der lief an uns vorbei, richtig? Ja. Ja, habe ich gesehen. War er allein? Ähm, ja. Und sprach er mit Ihnen? Nein, die Kellnerin interessierte ihn viel mehr. Haben Sie jemand anders in das Café gehen sehen? Ich könnte sagen, nein, aber was würde mir das bringen? Vielleicht wird er meine Lüge enttarnen. Äh, ich probiere es mal. Tut mir leid, Inspektor. Nein. Es erstaunt mich immer wieder, wie wenig Beobachtungsgabe die Öffentlichkeit zu hören scheint. Hehehe, okay. Ist das Mädchen in Ordnung, Moué? Oh, sie wird's überleben, falls sie ihren Cutter überlebt. Sie sagt, der Killer war als Clown verkleidet. Ein Zirkusclown. Haben Sie ihn gesehen, Monsieur? Äh, scheiße. Jetzt würde ich mich ja widersprechen, wenn ich, ähm... Ich habe ja davor gesagt, ich habe sonst niemanden reingekommen sehen. Äh, nein, ich habe keinen Clown gesehen. Ich sagte Ihnen doch, ich habe nichts gesehen. Rien. Ähm, ich warne Sie. Ich, Augustin Rosso, ruhe niemals, bevor ich nicht die Wahrheit gefunden habe. Damn! Ich behalte Sie im Auge, Monsieur. Und ich habe keine Skrupel, Sie unter Druck zu setzen. Eh bien, ich habe genug gehört. Was meinen Sie damit? Ich bin überzeugt, dass Sie nichts wissen. Sie können gehen. Ich hoffe, dieser kleine Zwischenfall verdirbt Ihnen nicht den Rest des Urlaubs. Und meine persönliche Sicherheit? Können Sie mir nicht wenigstens einen Rat geben? Was soll ich sagen? Passen Sie auf, hüten Sie sich vor verdächtigen Figuren. Und gehen Sie erst über die Straße, wenn Sie das kleine grüne Männchen sehen. Toller Tipp. Ich bin davon überzeugt, dass Sie sich nicht im Geringsten in Gefahr befinden, Monsieur. Sollte Ihnen noch etwas Wichtiges einfallen, rufen Sie mich an. Meine Karte. Jetzt haben wir einen Polizeiinspektor belogen. Sogar zwei Inspektoren. Verdammt! Danke. Das wäre alles. Sie können gehen. Dankeschön. Haben wir uns ja gut... Es gibt nicht viel an als Punkte, Monsieur. Oberflächlich gesehen, nein. Aber was lauert dem Unterbewusstsein? Wenn man die Tür nur öffnen könnte. Meinen Sie das im Ernst, Monsieur? Ich dachte, Ihr Interesse an übersinnlichen Erkenntnissen wäre rein akademisch. Akademisch? Sie sind im Begriff, Zeuge eines wissenschaftlichen Durchbruchs zu werden. Also, ich muss sagen, der... Inspekteur ist mir ein bisschen suspektet. What the fuck? Die Presse ist schon da. Äh, Monseigneur... Wie heißt er? Mo... 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 Entschuldigen Sie, Sergent. Sie haben den Inspektor geirrt. Gehen Sie nach Hause, Monsieur. Aber ich habe noch eine Frage. Was, äh... Nehmen Sie, äh... Hier, ähm... Der alte Mann. Ich war einer der letzten Menschen, die das Opfer noch lebendig gesehen haben. Du Idiot, sag's doch nicht! Haben Sie damit irgendein Problem? Ja, irgendwie schon. Ich habe das Gefühl, als schuldete ich es ihm, seinen Mörder zu fassen. Das sollten Sie lieber den Beirrden überlassen, Monsieur. Hat er mit Ihnen gesprochen? Ihnen irgendwas erzählt? Nein, er hat nur freundlich gegrinst und mir zugenickt. Machen Sie sich weiter keine Gedanken darüber, Monsieur. Gehen Sie nach Hause und vergessen Sie die ganze Angelegenheit. Hm, okay, was ist mit dem Klauen? Ich muss ein Geständnis ablegen, Sergent. Oje. Ich habe den Klauen doch gesehen. Er ist in die Gassen auf der anderen Straßenseite gerannt. Warum haben Sie das Inspekteur Rousseau nicht mitgeteilt? Ich wollte nicht klingen wie ein... Ach, was? Sie wollten einfach nicht in die Sache verwickelt werden. Gilt? Aber keine Bange. Es ist sowieso völlig unwichtig. Ich werde Monsieur le Inspekteur informieren, sobald er mit dem Mädchen fertig ist. Sind Sie ihm gefolgt? Das ist Ihr Job, nicht meiner. Ah, eine bewaffnete Verfolgungsjagd durch die Straßen von Paris? Das ist nicht unser Stil, Monsieur. Inspekteur Rousseau ist vielleicht etwas unorthodox, aber er ist nicht verrückt. Ja gut, aber würdest du einen Verbrecher nicht verfolgen, wenn du ihn auf frischer Tat ertappst? Also, irgendwie merkwürdig. Haben Sie schon die Aktentasche des Opfers wiedergefunden? Nein, mein Herr. Der Inspekteur hat mir ausdrückliche Anweisungen gegeben, diese Tür zu bewachen. Bis er diese Anweisungen widerruft oder bis Verstärkung eintrifft, rühre ich mich also nicht vom Fleck. Ein guter Wachrund. Was ist mit dem Inspekteur? Wie konnten Sie und Rousseau so schnell am Tatort sein? Sie waren ja innerhalb weniger Minuten am Schauplatz der Explosion. Hatten Sie einen Tipp bekommen? Diese Informationsquellen von Inspekteur Rousseau sind mir ein ständiges Rätsel, Monsieur. Ein paar Leute beobachten, er hätte einen Fakt mit dem Teufel abgeschlossen. Und was glauben Sie? Wow, das klingt nicht gut. Wir haben vor ungefähr drei Minuten den Teufel persönlich belogen. Was macht Rousseau mit dem Mädchen? Er dreht sie durch die Mühle, wie ihr Amerikaner wohl sagen würdet. Bitte? Wenn er sich einmal in einem Fall festgebissen hat, schüttelt ihn nichts und niemand mehr ab. War das sein Ernst mit dem ganzen Psychopolizisten-Kram? Natürlich. Inspekteur Rousseau ist ein Pionier und Visionär. Wenn er seine revolutionären Methoden erst einmal perfektioniert hat, werden Sie das Bild des Polizeidienstes von Grund auf umkrempeln. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas in L.A. klappt. Das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht unbedingt vorstellen, aber ich war noch nie in L.A. Ich müsste mal Dave fragen. Sehen Sie hier, Sergent. Der Inspektor hat mir seine Visitenkarte gegeben. Oui, Monsieur. Er möchte, dass Sie ihn benachrichtigen, wenn Sie auf irgendwelche Informationen über diesen Fall stoßen. Ich würde ja gerne mit ihm reden, aber ich möchte nicht, dass er seinen Psychomist bei mir ausprobiert. Ah, nein, Monsieur. Sie werfen die parapsychologische Wissenschaft mit Exerei durcheinander. Ach, wirklich? Und wo ist da der Unterschied? Das ist der einzige Unterschied? Die Zeitung? Ich habe das hier auf der Straße gefunden, Sergent. Das, Monsieur, ist doch wohl eine Tageszeitung. Ne se pa? Was heißt ne se pa? Hier steht eine handschriftliche Notiz drauf. Salaeddin, 1345. Ah, also war das Treffen mit dem Clown geplant. Wie kommen Sie denn darauf? Der Zeitpunkt der Explosion lag zwischen Alp 2 und 2. Ne se pa? Ne se pa? Ich schätze schon, aber was ist mit dem Namen? Ah, aha. Das wirft Sie aus dem Sattel, was? Ich bin noch niemals in meinem Leben, wie Sie es auszudrücken belieben, aus dem Sattel geboren worden, Monsieur. Das ist der Name, den der Clown angenommen hat, no? Salaeddin, der Clown? Das glaube ich weniger. So, ich glaube, damit sind wir durch. Wir haben Ihnen alles gesagt, was wir dem Inspekteur nicht gesagt haben. Bis bald, Sergent. Bis bald. Das will er bestimmt gern hören, Stobbart. Sag das niemals einem Polizisten. Hey, gute Frau. Bezeihung, Mademoiselle. Influencerin. Was machst du da? Hallo, ich heiße George Stobbart. Oh, ein Amerikaner, so wie es sich anhört. Ja, das stimmt. Auf Urlaub in Paris. Schöner Urlaub, was? Du warst hier, als die Bombe hochging? So ist es. Ich habe genau vor dem Café gesessen. Ist dir ein Mann mittleren Alters begegnet? Etwa 60 Jahre mit einem Hut und Mantel? Ich kann es nicht glauben. Sie hat mich nicht einmal gefragt, wie ich mich fühle. Ja, kurz bevor die Bombe explodierte, ging er hinein. Du bist doch nicht mit ihm verwandt. Oh nein, nichts dergleichen. Ich bin Nicole Collard von La Liberté. Was ist das, ein Nachtclub? Nein, es ist eine Tageszeitung. Du bist Reporterin? Ich bin freie Fotojournalistin. Na sowas. Du könntest mich über den Bombenanschlag interviewen. Ein Augenzeugenbericht. Minuten nach der Gewalttat, die ganz Paris erschütterte. Verstehst du? Dramen des Lebens, menschliche Anteilnahme, sowas in der Art. Ich bleibe bei den Tatsachen, danke. Hast du gesehen, wer die Bombe gelegt hat? Ich weiß, dass es verrückt klingt, aber er war als Clown verkleidet. Oh Gott. Er hat wieder zugeschlagen. Schon wieder? Ihr kennt ihn schon in Paris. Äh, C'est la... C'est pas... Ne se pas? Ne se pas hieß es doch. Ach, ich bin so schlecht in Französisch. Und Gott segne mich dafür. Kennst du einen Polizeioffizier namens Rousseau? Rousseau? Unsere Wege haben das Geschick, sich öfters zu treffen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, es ist Absicht. Hast du Rousseau gesehen? Ist er hier? Er ist drin. Versucht gerade, eine Zeugin mit seinen psychologischen Kräften auszufragen. Was? Der Typ ist seltsam. You don't say. Ja. Deswegen habe ich ihn auch angelogen. Ich habe Rousseau nichts vom Clown erzählt. Warum nicht? Dachtest du, er würde dir nicht glauben? Es schien irgendwie unpassend. Aber die Bedienung hat es ihm ohnehin gesagt. Wie hat Rousseau reagiert? Ich bin mir nicht sicher, ob er überrascht war oder nicht. Er ist merkwürdig. Irgendwie undurchschaubar. Vielleicht ist er dem Druck nicht gewachsen, den der Job mit sich bringt. Nee, ich glaube, er ist vielmehr derjenige, der den Druck erfunden hat. Und absolut kein Problem hat, ihn zu ignorieren. Du sprichst ein gutes Englisch für eine Französin. Danke. Du sprichst ein gutes Englisch für einen Amerikaner. Wow. Wer war der Typ, den du treffen wolltest? Sein Name war Plantard. Ich kannte ihn nicht, aber er hat mich letzte Nacht angerufen. Er sagte, er hätte eine Story, die mich interessieren würde. Er fragte mich, ob wir uns im Café treffen könnten. Ich werde wohl nie erfahren, was er mir sagen wollte. Es sei denn, du hättest Rousseaus Gabe der parapsychologischen Befragung. Hast du den Clown jemals zuvor gesehen? Das ist... eine lange Geschichte. Ich habe viel Zeit. Ich nicht. Woher hat Plantard deinen Namen? Über die Zeitung, La Liberté. Ich habe einen Artikel geschrieben, in dem ich zwei ungelöste Morde miteinander in Verbindung bringe. Einen in Italien, einen anderen in Japan. Die Fälle sind sich bemerkenswert ähnlich. Ein wohlhabendes Opfer, kein offensichtliches Motiv und ein verkleideter Killer. Plantard sagte, er könne mir weitere Informationen beschaffen. Also Italien und Japan und eine Connection dazwischen ist ja schon ziemlich merkwürdig. Warum möchtest du mir nichts über diesen Clown erzählen? Warum möchtest du dich da einmischen? Weil er mich fast getötet hätte. Ist das nicht Grund genug? Doch, ich nehme an, das ist es. Hör mal, ich gebe dir meine Telefonnummer. Oh ja, das ist... Wow, also wow. Franzosen, ey. Sehr leicht, sehr leicht zu haben. Du hilfst mir bei meiner Story und ich weile dich in das ein, was ich weiß. Und damit eines von vornherein klar ist, das ist rein geschäftlich. Natürlich. Okay, abgemacht. Okay, Partner. Ich muss diese Bilder entwickeln lassen. Ab bientôt, Monsieur. Gut, ich... Bis bald. Nesse... Saneste... Was? Okay. Gut. An dieser Stelle mache ich hier mal einen Break. Speichere das Spiel. Und bedanke mich an alle, die zugeschaut haben. Ein Like würde nicht schaden. Ein Dislike würde schaden, aber vielleicht sogar helfen, wenn ihr ihn kommentiert und sagt, warum der Dislike da ist. Und ansonsten, ein Abo ist immer gut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit... Baffer mit's Fluch. Baffer mit's Fluch.